hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von workers and resources sowie der republik ja wir sind im nächsten tutorial bauen sie ein umspannwerk das kriegen wir hin wir müssen jetzt für strom sorgen würde ich mal vermuten so verbinden sie das umspannwerk mit dem fremd stromanschluss der ist da krass wir müssen richtig leitungen geben so importieren sie strom vom fremd stromanschluss manchmal muss man etwas strom importieren um das eigene kraftwerk zu laufen zu bringen oder sie nutzen den fremd stromanschluss wenn sie kein kraftwerk bauen wollen oder können so hier kann man auch noch die gewünschte leistung einstellen so bauen nun ein kraftwerk ähnlich wie umspannwerke werden kraftwerke etwas strom direkt an die gebäude in der nähe verteilen jedoch ist der hauptzeug eines kraftwerks strom zu generieren und eben mit hilfe von stromleitungen über große distanzen zu verteilen so wir müssen hier ein kraftwerk bauen und wir brauchen hier eine straße opsel so nutze ein förderband um das kraftwerk mit rohstoff speichern mit dem rohstoff speicher zu verbinden boah das ist wahnsinn was es da an möglichkeiten gibt ich kann es echt nicht nicht so richtig glauben das ist so bauen nun einen hochspannungsschalter kriegen wir auch hin so bauen sie nun einen leistungstransformator transformator und wandeln hochspannungsstrom in niederspannungsstrom um ok gute arbeit ja danke verbinden sie das kraftwerk und den hochspannungsschalter mit einer hochspannungsstromleitung so hätten wir und verbinden sie nun den hochspannungsschalter mit dem dingster hätten wir auch so bauen sie ein umspannwerk in der nähe der stadt auch da Ich habe gerade schon überlegt, wo das hin muss. Den habe ich nicht gesehen. Bauen Sie ein Umspannwerk in der Nähe der Stadt. Ach, da noch eins. Okay. Verbinden Sie das Umspannwerk mit dem Leistungstransformator. Das kriegen wir auch noch hin. Mittelspannungsleitung braucht man dafür. Ja, okay. Hätten wir. So, verbinden Sie das Umspannungswerk mit dem Leistungsstrom. So, haben wir auch. Bauen Sie nun eine Tankstelle. Tankstellen brauchen wir auch noch. Okay. Bauen Sie nun ein Trollibus-Trafo, um das Trollibus-Netzwerk an das Stromnetzwerk anzuschließen. Was? Was? Was ist denn was denn hier? Oh, hier. Ah, Trollibus. Ah, Trollibus. So, verbinden Sie nun den Trafo mit... Da haben wir sie mal hin. So, hätten wir auch. Und bauen sie eine elektrische Eisenbahnverbindung. Okay. So, einmal Schienen. In die vorgegebene Richtung. Entschuldigung. So. Nun verbinden sie die... Hätten wir auch. So, nun brauchen wir eine Dieselstation für Dieselzüge. Okay. So, da brauchen wir da bestimmt auch noch Schienen. Mal die Richtung falsch. So. Bauen sie mir dann ein Umspannwerk. Holla, sag ich euch. Da brauchen wir auch nochmal Strom. So, was hätten wir hier? Den Hochspannungsschalter mit dem Fremdstromanschluss. Was? Achso, Stück für Stück. Das war's. Das war's mit dem Tutorial. Das war's. Sehr schön. Holla, die Weibfieh, muss ich sagen. Das hat es in sich, das Spiel. So, nächstes Tutorial. Wäre noch schön, wenn die jetzt anzeigen würden, welches das denn wäre. So, oder sehe ich das hier nur nicht? Baue eine Fahrzeugfertigung... Ach du, Schande. Fahrzeugfertigungslinie. Okay. Okay. Kaufen Sie nun alle benötigten Ressourcen, um Fahrzeuge zu bauen. Machen wir. Okay. Da haben wir zu viel gekauft. Mehr als einen kann ich nicht. Wo haben wir denn... Ach so. Ja, ich war auf 100.000. Auf 100%. So, meine ich. So, kaufen wir. Was haben wir hier? Kaufe einen Bauplan. Persönliches Auto. Ein Trabi. Perfekt. So. Wähle den Bauplan für die Produktion. Wir wählen den Trabi. Wir haben ja nichts anderes. Wir brauchen Kunststoff. Logisch Stahl. So. Baue ein leeres Wohngebäude. Der Haken muss weg. So, laden Sie Einwanderer mit Universitätsbildung. Es gibt zwei verschiedene Arten von Arbeitern. Normaler Arbeiter und Arbeiter mit höherer Bildung. Einige Jobs können nur von Arbeitern mit Universitätsbildung belegt werden. Okay. 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 Wie viel brauchen wir denn? So. Das war's. Bauen Sie einen Autohändler, um Autos an die Bürger zu verkaufen. Machen wir auch. So. Kaufen Sie einen offenen LKW. Offene LKWs können genutzt werden, um fertige Fahrzeuge von Fertigungslinien zu Gebäuden, in denen sie benötigt werden, zu transportieren. Zum Beispiel den Autohändler. Offene LKW. Okay. So. Der startet... Hier. Und endet hier. Achso, jetzt muss ich noch starten. Entschuldigung. So. Jetzt ist da los und müsste hier dann Autos holen. Bin mal sehr gespannt, wie das ausschaut. Zack. Zwei, drei, vier Autos later. Okay. Cool. So. Bauen Sie nun einen mittleren Parkplatz in der Nähe der Fabrik. Das kriegen wir auch noch hin. Mittlerer Parkplatz. Guckt euch mal an. Großer, mittlerer, mittelgroßer. Wahnsinn. Bauen Sie nun einen mittleren Parkplatz in der Nähe der Fabrik. Noch einen. Noch einen. So. Bauen Sie nun einen mittleren Parkplatz in der Nähe der Fabrik. Noch einen. Noch mehr. Da brauchen wir noch einen. So. Hier brauchen wir auch noch einen. Das war's mit diesem Tutorial. Also, okay. Wir haben da Parkplätze gebaut. Der Park bringt hier die Fahrzeuge hin. Und die Leute können die da kaufen und parken dann auf den Parkplätzen jeweils. Cool. Okay, würde ich sagen, starten wir ins nächste Tutorial. Gucken, was uns dort erwartet. So. Okay. Bauen Sie eine Weiche von der Station. So, und dann da eine. So, dann haben wir eine Kreuzweiche. Sehr gut. Platzieren Sie nun doppelseitige Gleissignale in der Nähe der Station. Ach du Schande, die gibt's auch. So, Hammer. Ach, da brauchen wir noch mal mehr. Und hier dann natürlich. Ebenfalls. So. Platzieren Sie nun ein einseitiges Gleissignal vor dem Depot. So. Platzieren Sie nun einseitiges Gleissignal vor dem Depot. Ups. Nee, so nicht. Kann ich zurück machen. Äh. Ah, okay. So funktioniert das. So. Platzieren Sie nun ein einseitiges Signal. Um die Züge aus der Station zu lassen. Und ein einseitiges Züge in die Station zu lassen. Ach so. Gute Arbeit. Bauen Sie eine Weiche vor der Station. Ach, da unten ist auch nochmal eine Station. Ha. Zack. Zack. So, jetzt brauchen wir bestimmt wieder Signale, ne? Doppelseitige Gleissignale. Dort. Dort. ein einseitiges. Und ein einseitiges. Nun ein Chain Gleissignal. Bauen Sie nun Gleise für die dritte Station. Da. Okay. So. Oh, nochmal eins. Wow. Okay. Krass. Okay. Äh. Einseitiges Signal. Da auch nochmal. Perfekt. Platzieren Sie nun ein einseitiges Signal, um Züge aus der Station zu lassen. Dort. So, haben wir auch. Da brauchten wir noch eins. Und hier brauchen wir auch nochmal eins. Ach so, ein Chain. Verkettet. Platzieren Sie nun Gleissignale für die D-Sections. Das wird spannend. Und da wieder ein Chain. Da auch wieder ein Chain. Da auch wieder ein Chain. Hier brauchen wir nochmal. Und da noch ein Chain dazu. Also das Abhängige. So. Da brauchen wir noch. Dort noch. Dort noch. Dort noch. Noch mehr. Oh, hier brauchen wir auch noch. So, haben wir. So, da brauchen wir bestimmt auch Signale, oder? Ein Eisenbahnbauamt. Äh. Kriegen wir hin. Da hätten wir auch gerne Schienen. Falsche Richtung. Ach, durchs Konstruktionsbüro. Okay. Äh. Kaufen Sie die benötigten Ressourcen, um Schienen zu kaufen. Machen wir. Okay. Das wird spannend. Wenn wir das mal von alleine machen müssen, müssen wir das. Achso. Bauen. Kaufen Sie nun einen Zug, um die Schienen zu bauen. Okay. Das war's mit diesem Tutorial. Holla, die Wildtree, sag ich dann nur. Allein bis das da alles funktioniert. Der geht auf Rot. Und der geht auf Rot. Und der ist hier wieder auf Grün. Boah. Ah, wenn der hier... Ach, du Schande. Ich fürchte, wir werden den einen oder anderen Crash produzieren. Aber natürlich nicht in dieser Folge, sondern am frühestens in der nächsten. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann, ähm... ins nächste Tutorial gehen, ne? In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.